Ich spiele die Karriere von dem wertvollsten deutschen Spieler aller Zeiten und zwar von Florian Wirtz. Wie gut seine Karriere sein wird, werden wir an drei Challenges messen. Die erste Challenge wird es sein, ins Team Offsie hier zu kommen. Die zweite Challenge ist es dann, das Triple noch zu gewinnen. Und die dritte Challenge ist, ein 99er Rating zu erreichen. Ich bin gespannt, ob es klappen wird und wir werden natürlich mit Leverkusen in die Saison starten. In der ersten Saison trainieren wir ihn als unsichtbaren Stürmer, damit er neben dem Tempo auch noch ordentlich schießen und Treblingen dazu bekommt. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or sind Kylian Mbappé, Harry Kane, Erling Haaland und Robert Lewandowski. Und Erling Haaland konnte seinen ersten Ballon d'Or-Titel gewinnen. Die erste Saison ist vorbei und wir sehen es, Leverkusen ist nur auf dem vierten Platz gelandet. Man hat sich immerhin für die Champions League qualifiziert, aber den Meistertitel konnte man auf keinen Fall verteidigen. Schauen wir in den DFB-Pokal und zwar dort musste man in Runde zwei schon direkt gegen Stuttgart, die man aber souverän mit 2-0 rausschmeißen konnte. In der nächsten Runde wartete dann Wolfsburg, die man auch knapp besiegen konnte und damit eine Runde weiterkommen konnte. Im vierten Finale dann der nächste Krachergegner und zwar Leipzig, die man aber auch mit 2-0 schlagen konnte. Bis dann im Halbfinale Bochum wartete, die man auch dann souverän mit 2-0 schlagen konnte und ins Finale gegen Bayern einziehend. Im Finale angekommen hat man dann aber leider mit 4-2 gegen Bayern München verloren und konnte somit auch nicht den DFB-Pokal verteidigen. Schauen wir noch in die Champions League und zwar ist man dort in der Gruppe mit Manchester City immerhin auf dem zweiten Platz gelandet. Dann ist man aber auch schon im achten Finale gegen Atletico Madrid knapp mit 4-3 im Gesamtergebnis ausgeschieden. Währenddessen konnte Barcelona am Ende im Finale gegen Manchester City sich die Champions League sichern. Werfen wir noch einen Blick auf die Statistiken von Florian Wirz und zwar 46 Einsätze hat er, also absoluter Stammspieler und dabei sind ihm 13 Tore und 7 Torverlangen gelungen und zudem hat er sich verbessern können um 4 Gesamtratingpunkte auf eine 91. An der Stelle lasst gerne ein Abo da, um weitere Spielerkarrieren in Zukunft nicht mehr zu verpassen. Es geht in die zweite Saison und Wirz ist bereit für einen Wechsel. Er will Leverkusen verlassen, um ordentlich anzugreifen bei einem Top-Club. Es gab mehrere Interessenten und am Ende hat er sich aber entschieden in Deutschland zu bleiben und zwar bei Bayern München zu unterschreiben. Und hier sehen wir ihn auch schon im Bayern-Trikot und ich bin mal gespannt, was mit dieser Mannschaft alles möglich ist. Wir trainieren ihn diesmal als vorgerückten Spielmacher, damit er auch ordentlich an passender Zug gewinnt, um so auch dann natürlich Harry Kane und weitere Spieler zu bedienen. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in diesem Jahr sind Erling Haaland, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé und Phil Foden. Und Erling Haaland konnte seinen Ballon d'Or-Titel verteidigen. Die Saison ist vorbei und es war knapp bis zum letzten Spieltag, aber dann am Ende konnte sich Borussia Dortmund durchsetzen und hat mit einem Punkt mehr die Meisterschaft geholt. Am Anfang der Saison gab es noch den Supercup, dort konnte Bayern Dortmund deutlich mit 5 zu 0 schlagen. Schauen wir, ob es im DFB-Pokal besser lief. Und zwar ist man dort in Runde 2 gegen den Rivalen aus München mit deutlich mit 4 zu 0 weitergekommen. In der nächsten Runde wartete dann Nürnberg auf Bayern, die man aber auch mit 2 zu 1 besiegen konnte. Im 4. Finale angekommen wartete dann Hoffenheim und die hat man auch mit 3 zu 2 schlagen können. Im Halbfinale angekommen musste man gegen Leverkusen den Ex-Verein von Wierz und man hat leider verloren. Ganz ärgerlich, weil im anderen Halbfinale war Karlsruhe gegen Ulm und die natürlich klare Underdogs sind. Am Ende konnte dann auch noch Wierz Ex-Klub Bayern Leverkusen den DFB-Pokal sichern. Werfen wir noch einen Blick auf die Champions League und zwar in der Gruppenphase konnte Bayern weiterkommen auf den 2. Platz. Nur also souverän war das auf jeden Fall nicht. Im 8. Finale wartete dann auch ein Brocken mit Paris Saint-Germain, aber die konnte man im Gesamtergebnis mit 3 zu 2 schlagen. Im 4. Finale wartete dann Feyenoord Rotterdam auf Bayern, die aber auch im Gesamtergebnis Bayern mit 4 zu 3 geschlagen haben. Im Halbfinale konnte Leipzig sich im deutschen Duell gegen Borussia Dortmund durchsetzen und im anderen Halbfinale konnte sich Feyenoord Rotterdam dann auch noch gegen Atletic Bilbao, also auch ein sehr außergewöhnliches Duell in dem Halbfinale durchsetzen. Am Ende im Finale konnte dann Leipzig Feyenoord Rotterdam schlagen und den Champions League Titel sich sichern. Die Saison ist vorbei gewesen. Wir schauen natürlich auf die Statistiken von Florian Wirz. 49 Einsätze, 20 Tore, 9 Torverlagen und er ist hoch auf eine 94. An der Stelle lasst gerne ein Abo da, um weitere Spielerkarrieren in Zukunft nicht mehr zu verpassen. Nichtsdestotrotz wird er auch die 3. Saison bei Bayern München verbleiben und dort auf die Titejagd gehen. Hier im Hintergrund sehen wir dann noch einmal das Team, unter anderem zum Beispiel Manuel Neuer hat seine Karriere beendet, weshalb Diego Costa eingesprungen ist. Die Favoriten in diesem Jahr auf dem Ballon d'Or sind Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Erling Haaland und Rodrigo. Und Erling Haaland konnte wieder seinen Ballon d'Or Titel verteidigen und seinen 3. Ballon d'Or Titel insgesamt gewinnen. Die Saison ist vorbei und es war wieder knapp bis zum letzten Spieltag. Ein Punkt Unterschied wieder zu Dortmund, aber diesmal für Bayern und Florian Wirz hat seine 1. Meisterschaft gewonnen. Schauen wir, ob es im DFB-Pokal diesmal auch besser lief. Und zwar ist man dort in der 1. Runde dann gegen Karlsruhe weitergekommen. Dann musste man sich aber Leipzig in der nächsten Runde geschlagen geben mit 2 zu 0. Und am Ende hieß der Sieger natürlich wieder Bayer Leverkusen. Der Ex-Verein von Wirz konnte den DFB-Pokaltitel verteidigen. Vielleicht läuft es aber ja besser in der Champions League. Und zwar ist man dort souverän als 1. weitergekommen in der Gruppe. Dann traf man im 8. Finale auf Newcastle United, wo man auch knapp mit 2 zu 1 insgesamt weiterkommen konnte. Im 4. Finale wartete dann Manchester City auf Bayern München. Aber die konnte man auch zum Glück mit 2 zu 1 insgesamt besiegen. Im Halbfinale angekommen, konnte Barcelona ins Finale gegen Inter Mailand einziehen. Und Bayern München hat gegen Real Madrid leider im Elfmeterschießen verloren. Schlussendlich im Finale konnte Real Madrid im Elfmeterschießen das El Clasico gewinnen. Und die Champions League sich sicher. Werfen wir noch einen Blick auf die Statistiken von Florian Wirz. Und zwar 48 Spiele. Dabei sind ihm 14 Tore und 13 Torverlangen gelungen. Und er ist sogar hoch auf eine 96 einfach. Dennoch ist er nicht ganz zufrieden mit der Leistung bei Bayern München. Und wechselt zum Champions League Finalisten Barcelona. Hier im Hintergrund sehen wir dann ihn auch schon im Barcelona Trikot. Wo er dann die nächsten Jahre jetzt auf Titeljagd gehen wird. Ich glaube ich brauche nicht wirklich was zum Team sagen. Also das ist wirklich absolute Weltklasse und hat Niveau auf Triple Gewinne. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or sind Erling Haaland, Julian Alvarez, Kylian Mbappé und Raphael Lea. Und wer hat es natürlich wieder gewonnen? Erling Haaland. Vierter Ballon d'Or Titel. Vierter Ballon d'Or Titel in Folge. Die Saison ist vorbei und Barcelona konnte am Ende mit einem 7-Punkte-Vorsprung einfach auf dem ersten Platz landen. Und damit deutlich die Meisterschaft gewinnen. Ganz im Gegenteil zu Real Madrid, die einfach nur 6er Platz wurden. Schauen wir noch in die Copa de España rein. Und zwar dort konnte man in der ersten Runde gegen Albacete weiterkommen. Dann im Achtelfinale konnte man auch deutlich mit 4 zu 0 gegen Villarreal weiterkommen. Im Viertelfinale kam es dann zum El Clasico gegen Real Madrid. Und es ging auch bis ins Elfmeterschießen, wo man dann aber mit 7 zu 6 gewinnen konnte. Im Halbfinale wartete dann Real Betis Sevilla, die man insgesamt sogar auch souverän mit 5 zu 2 besiegen konnte. Und damit ist man ins Finale eingezogen gegen Athletic Bilbao. Und tatsächlich am Ende heißt Barcelona der Sieger und hat damit das Double schon mal gewonnen. Schauen wir mal, ob das Triple auch möglich ist. Und damit die nächste Challenge erreichbar ist für Florian Wietz. Und zwar Barcelona in der Gruppenphase auf jeden Fall, auch wenn nicht ganz souverän, immerhin erster Platz gewonnen. Im Achtelfinale musste man dann gegen Eindhoven spielen. Und es war auch knapper als erwartet, aber man konnte am Ende weiterkommen. Im Viertelfinale musste man dann gegen Liverpool, einen ganz schweren Gegner. Aber das sah auf jeden Fall nicht schwer aus. Und zwar konnte man insgesamt mit 7 zu 4 weiterkommen und damit das Halbfinale erreichen. Angekommen im Halbfinale und wir sehen schon der Ex-Klub oder die Ex-Klubs von Florian Wietz eher besser gesagt stehen im Finale. Und zwar Barcelona hat mit 5 zu 2 gegen Bayern München verloren. Und Leverkusen konnte auch gegen Rangers weiterkommen und damit die Ex-Klubs von Florian Wietz beide im Finale. Und am Ende konnte sich Bayern München mit 2 zu 0 im Finale gegen Bayer Leverkusen durchsetzen und damit den Champions-League-Titel gewinnen. Das trübt natürlich auf jeden Fall die Stimmung von Florian Wietz, aber immerhin hat man das nationale Double geholt. Schauen wir noch auf seine persönlichen Statistiken und zwar 56 Einsätze. Darin sind ihm 23 Tore und 19 Torvorlagen gelungen und er ist sogar hoch auf 1,97. An der Stelle lasst gerne ein Abo da, um weitere Spielerkarrieren in Zukunft nicht mehr zu verpassen. Es geht in die 5. Saison und letzte Saison dieser Karriere-Simulation und er hat noch alle 3 Challenges vor sich. Ob er das mit dem Team erreichen wird, das werden wir auf jeden Fall jetzt herausfinden. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or sind Erling Haaland, Phil Foden, Jeremy Doku und Raphael Leau. Und wie es sich gehört, Erling Haaland konnte zum 5. Mal den Ballon d'Or-Titel einfach gewinnen, also jede Saison in dieser Karriere-Simulation. Im Januar war es dann soweit und zwar Florian Wietz hat es wirklich geschafft, die erste Challenge abzuhaken und ins Team of the Year gewählt zu werden. Die Saison ist vorbei und wir schauen natürlich als erstes wieder auf die Liga und zwar Barcelona konnte mit 16 Punkten Vorsprung einfach Meister werden. 91 Punkte haben gereicht und damit ist der erste Titel schon mal da. Der nächste Titel ist natürlich der Supercup, auch wenn es nur ein kleiner Titel ist. Dort konnte man nämlich mit 4 zu 1 im Finale gegen Bilbao gewinnen. Nächstes Ziel ist dann die Copa de España. Dort konnte man in der ersten Runde gegen Leganis weiterkommen. Im 8. Finale konnte man dann auch Granada noch mit 2 zu 1 besiegen. Im 4. Finale kam dann schon der erste richtig krasse Gegner und zwar Atletico Madrid. Dort konnte man aber auch knapp im Elfmeterschießen gewinnen und weiterkommen. Im Halbfinale war es dann auch sehr deutlich und zwar Real Valladolid konnte man insgesamt mit 4 zu 0 besiegen und somit trifft man im Finale auf Real Madrid. Im Finale kam es zum El Clasico also und am Ende hieß der Sieger Barcelona, denn man hat mit 4 zu 2 gewonnen. Die Frage ist, schaffen wir jetzt auch das richtige Triple mit der Champions League und zwar in der Gruppenphase war es schon mal auf jeden Fall sehr gut. Und zwar ist man dort souverän auf dem ersten Platz weitergekommen. Im 8. Finale traf man dann auf Neapel, wo man aber leider ganz knapp mit 4 zu 3 insgesamt ausgeschieden ist. Schlussendlich konnte Arsenal das Champions League Finale gegen Atletico Madrid gewinnen und sich somit mal wieder einen Champions League Titel sichern. Das offizielle Triple hat er leider nicht geschafft. Die Challenge hat er nicht bewältigt, aber dafür das 99er Rating. Und zwar hat er sich in 53 Einsätzen weiterentwickelt, 30 Tore sind ihm einfach gelungen, mehr als Haaland sogar und dazu auch noch 14 Torvorlagen. Lasst gerne ein Abo da und schaut euch unbedingt auch noch die anderen Spielerkarrieren an.